Guten Tag meine Leute, willkommen zurück zu Donkey Kong Country 2, im letzten Part, während wir fast zerquetscht wurden oder so, und jetzt gehen Clipos Hörler. Und it's an Eislevel. Okay. Ehrlich gesagt, habe ich nicht wirklich etwas gegen Eislevel. Ich mag nur nicht wirklich, dass die rutschig sind, aber die Musik in den Eislevel ist immer relativ beruhigend und hat eine richtig geile Ambiente. Und die Grafiken sind meistens auch wunderschön, so kristallisch und wahr. Das einzige, was ich an Eislevel nicht mag, ist das Gameplay an ihm. Rutschig ist das Stichwort. Und ich wette, keiner mag rutschige Level. Wenn das ganze Spiel rutschig ist, ist das noch schlimmer, aber dann fühlt sich das ganze Spiel an wie ein Eislevel. Oder das ganze Spiel fühlt sich an wie ein Wasserlevel. Becker, die Dolphine. Na egal. Das Gimmick von diesem Level ist, dass wir den Seelöwen von Welt 2 wieder haben und diesmal macht er das Wasser noch kälter und friert es sogar ein. Oder zumindest die obere Schicht, weil dafür stunden wir noch immer schwimmen. Yay! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh shit. Ähm, ja, das ist toll. Ich habe mich gerade gerade ein bisschen gefuckt. But it's alright, because I'm still alive! Okay. Huah. Du, 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 du. Ja, komm, nehm, nehm! Okay. Okay, das war grandios. Eine wunderbare Leistung des Senpail-Pike. Senpail-Zitrone oder so, ne? Ich mag dieses Dingle 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 Geräusch, das ist so, 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 fühlt sich weihnachtlich an irgendwie, ich weiß nicht wieso. I don't know what I mean, so, uh, wuh, wuh, wuh. Okay. Äh. Ah. Fuck, 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 das war scheiß. Das, das war scheiße von mir. Richtig scheiße von mir. Äh, Jojobe Swim. Squish. 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 Oh man. Hashtag Stress. Naja. Da geht's mit Eaglen im Eis. Verstehe ich wieso IEGEL im Eis sind. Ah, whatever. Okay, der schickt. Let's just move on. Be happy that we live. Und, ja. Hopp. Buah. Fuck, ist das gerade richtig scheiße mit der Framerate. Was soll das? Oh mein Gott, was soll das denn? Heilige Scheiße, was ist hier gerade los? Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, das ist gerade richtig scheiße. Oh mein Gott, was ist da los? Jetzt geht's wieder relativ... Ähm, na, na, ich hab zuerst mal gesprochen. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt für die Performance hier? Ah, jetzt geht's wieder. Okay, keine Ahnung, was da gerade los war. Ich war schon kurz davor, den Cut zu setzen und zu schauen, was für ein scheiß Programm hier gerade abgeht. Und das war gerade richtig scheiße. Ah. Ah. Naja, das tut er direkt um ein und her. Ein und her. Oh, don't give a fuck. Okay, Kettenkletten. Wut? Kettenkletten? Ich mein, ich glaub du meinst Kettenklettern, oder? Ah, du, I know. Nothing I know. Hey, das ist klar, das... Ja, ich gesagt, jetzt... Mir ist schon egal, ob ich die Buchstaben sammle oder nicht. Just want to be done with it. Oh fuck, this shit. Ah, was war denn das? Ich muss immer einfach gehen. Wannscheinend nicht. Hier, mich auch, ne? Geht einfach weg. Geht einfach weg. Oh fuck, das war so knapp. Ja, schießt mal eure Hakenhände. Ihr Pseudopiraten. Ähm... Okay. Ich hasse das. Geh weg. Gib mir die Kandonkugel, die du beschützt. Let's go into the bonus. Take it. Find the coins of the Doom, or not the Doom. I guess the Doom, because there is a lot of enemies in this room of Doom. It's Doom. Oh mein Gott, diese Performance, ne? Was ist denn das? Naja. Da ist die Coin. We take it. Fünf Münzen finden uns noch, Leute. Fünf Münzen noch. Und dann... Jetzt dann. Dann jetzt dann. Was laberisch? Oh schlaberisch. Ja, la, la, la. Was soll? Okay. Äh... 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 Fuck, I'm... I'm a fucking genius. Nothing can kill me. Wo kam die... Wo kam die... Wo kam die... Wo kam der her? Entweder bin ich jetzt blind, oder... Der ist aus dem Off gekommen. Ich würde ja sagen, der ist aus dem Off gekommen, weil... Off. Ich habe hier ein schlechtes Gefühl, dass ich irgendwie die dicke Hyrumense verpasst habe, oder so. Schon, ne? Ah, verpisst du euch doch hier. Ich hasse alles, ne? Okay, höher. Ja, ich habe irgendwie das... Schlechte Gefühl, dass ich in dem Level die dicke Hyrumense verpasst habe, und... Wohl... Jetzt könnte es noch sein, dass ich sie nicht verpasst habe. Nein, ich glaube, ich habe sie nicht verpasst. Was mache ich denn da? Scheiße. Nein, ich habe sie nicht verpasst. End für nein. Aha. Vier Level mit dicke Hyrumense erwarten uns, Leute. Und dann... It's over. Ah, nicht 9000. It's just over. Naja. Boom. Du-du-du-du-du-du-dubbel. Kio-kio-kio-kio. Okay. Äh... Boom. Boom. Oh mein Gott, diese Legs machen das fast schon im Spiel war. Na egal. Und hoch. Vier Münzen noch. Ist ja voll der Countdown hier, ne? Okay. Äh... Ja. Ja, das ist tot. Das ist ganz richtig tot. Oh Gott, ich sehe die Flügel wieder. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. Sie kommen. I'm coming. To kill you. With death. And murder. Stuff. Yes, stuff. Alter. Die Fresse, das Spiel. Glaubst du kannst das nur weil du so eine hohe Performance hast, dass du... Wenn ich es aufnehme... Scheiße! Ich kann doch gar nichts, ne? Okay, jetzt bin ich relativ gearscht. Ich bin relativ super. Ah! Just, just climb. Just, just climb. Just climb. Just climb. Äh... Ist dein Problem. Diggatz. Ernsthaft. Was ist sein Problem, ey? Ich glaube, der kann was, nur weil er... ...beruf... ...beruf... ...fazut. Okay. Ich werde mir nochmal funky. ...ein Swanky und... ...Giftgemäuer. Ein passender Name für das nächste Level, welches wir im nächsten Part antreten werden. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Bis dahin. 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 Bis dahin.